Hallöchen und süße Weihnachtsgrüße aus dem Make-Grist-Näh-Café. Ich bin Bettina, normalerweise hier, um mit euch zu nähen oder über nähen zu sprechen. Heute habe ich eigentlich nur ein kleines Nähthema für euch und wollte in erster Linie frohe Weihnachten sagen. Ich wollte sagen, frohe Weihnachten für euch, schöne Feiertage, ob ihr feiert oder nicht. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit zu Hause, entspannt, mit einem kleinen Kreis von Leuten, wo man einfach gemeinsam sich so ein bisschen einmuggeln kann und es gemütlicher zu Hause. Und, dass ihr die Zeit genießt, jetzt bis zum Jahreswechsel, der ist ja auch bald. Wenn ihr möchtet, können wir uns vorher noch sehen. Ich habe ein richtig schönes Projekt am 31. noch, eigentlich sogar zwei Projekte. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen darf, ich mache es trotzdem. Denn wir haben zwischen den Jahren tatsächlich noch eine neue Stoffkollektion für euch. Und ich durfte damit nähen. Ich habe meine Projekte schon fertig. Es sind zwei süße kleine Babyhosen und die zeige ich euch im Detail am 31. Wenn ihr wollt, auch erst am 1. oder später. Ganz wie ihr möchtet. Vielleicht macht ihr eine Nähpause. Verratet es gern, wie ihr die Zeit jetzt verbringt zwischen den Jahren. Und jetzt aber zum eigentlichen Punkt dieses Videos. Es ist 2 Euro Sale auf makers.de ab heute. Die meisten von euch werden den 2 Euro Sale kennen. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann klickt euch umso schneller rüber und schaut euch das an. Denn bei uns gibt es ab heute Schnitte von vielen, vielen DesignerInnen für nur 2 Euro das Stück. Das ist ein richtig krass guter Preis. Kann kaum unterboten werden. Das wissen wir auch und das wissen auch unsere DesignerInnen. Deswegen gibt es das jetzt in dieser Premium-Zeit für euch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es läuft. Das heißt, es lohnt sich da mal reinzuschauen und zu gucken, was ihr so fürs nächste Nähjahr gebrauchen könnt. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt, um unseren DesignerInnen ein ganz großes Dankeschön auszusprechen, dass sie zum Beispiel euch diesen 2 Euro Sale ermöglichen. Also ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall auch reinschauen. Und wenn ihr Dankeschön sagen wollt, den DesignerInnen, dann macht das gern in den Kommentaren. Verratet auch gern, welche Schnitte ihr kaufen werdet, welche Schnitte ihr braucht fürs neue Jahr. Und ich leite dann das Feedback an die Designer auch gerne weiter. Die freuen sich natürlich auch über euer positives Feedback. Also alles gerne in den Kommentaren. Und dann möchte ich noch ein Dankeschön sagen. Und zwar an meine Kolleginnen, die diesen Sale Jahr für Jahr wieder einstellen oder auch mehrmals im Jahr. Es ist nämlich gar nicht so, dass man einen Knopf drückt und dann ist das alles da. Das Ganze braucht Planung und Zeit und Leute, die sich kümmern. Man muss ständig gesprochen werden, man muss die DesignerInnen kontaktieren. Also es ist ein ziemlich großes Ding und es ist jede Menge Arbeit. Und da haben meine KollegInnen bei MakeRist wieder ganze Arbeit geleistet. Und auch hier ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr diesen Sale möglich macht. Für euch NäherInnen, die ihr hier seid und schöne tolle Schnitte ergattern könnt. Auch bei denen könnt ihr euch bedanken unter dem Video. Ich leite alles weiter. Die freuen sich immer von euch zu hören. Ja und das war es dann auch fast schon für dieses Jahr. Wie gesagt, am 31. bin ich nochmal da und wo wir eben schon diese ganzen Dankestiraden hatten, mache ich direkt nochmal weiter. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier seid im Nähcafé, dass ihr mitnäht und mitdiskutiert und Fragen stellt und Input gebt und Inspiration gebt und auch Kritik äußert. Ich finde es richtig super, dass ihr dabei seid. Ich finde es toll, dass ihr liked und kommentiert und dass der Channel wächst und dass ihr immer mehr werdet. Und es ist für mich immer wieder ein richtig schönes Gefühl, wenn ich ein Video poste, zu sehen, ob es bei euch ankommt, wie es ankommt und euer Feedback zu bekommen. Und es ist wirklich etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und das wollte ich euch an dieser Stelle einfach gerne sagen. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid weiter da. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine gute, schöne, entspannte Weihnachtszeit, sodass wir dann im nächsten Jahr wieder richtig schön durchstarten können. Eigentlich ja schon am 31., weil es geht ja direkt weiter mit den Babyhosen. Wir machen gar keine große Pause. Ich hätte euch richtig gerne einen schönen Jahresrückblick auch hier beschert mit meinen Lieblingsprojekten oder euren Lieblingsprojekten, mit dem Rebrand, mit Kommentaren, die mich besonders gefreut haben. Ich freue mich wirklich sehr und es sind manchmal so herrliche Kommentare von euch dabei. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, hätte ich gerne gemacht. Am Ende ist das Jahr oder ist der Dezember doch sehr viel kürzer, als man denkt. Dementsprechend dieses Jahr nicht. Vielleicht vielleicht nächstes Jahr. Ich hoffe, ihr erinnert euch nicht dran, wenn ich es dann wieder nicht schaffen sollte. Und ja, für den Moment möchte ich einfach nur sagen, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Und jetzt genießt Weihnachten und kommt gut ins Neujahr, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und schaut im 2-Euro-Sale vorbei. Bis bald.